Wart ihr bereit? Superbereit. Wer ist der Herr über die Fernbedienung? Wir dürfen ja gar nicht reden, ne? Wir dürfen reden, aber... Keine Tipps geben. Wir sind aber nicht witzig. Wir gucken ja gar kein Fernsehen. Außer abends, kurz. Dschungelcamping. Ja... Keine Meinung. Was hast du gemacht? Ich? Ich hab ich gesagt. Beide ich ist doch richtig. Ich dachte nur, weil... Ja, zum Schluss, wenn ich schlafe. Ja, genau. Schade. Schade, ja? Wer schlägt raus länger? Ganz gut. Ich hoffe, das geht ganz schnell bei dir. Ja. Wer braucht länger im Bart? Ähm... Ähm... Das ist auch eine gute Frage. Was sind das für eine Edition? Also ich hab... Ich hab mal... Du hast was? Du hast was gesucht. Ich hab was. Du hast was? Mhm. Ich muss jetzt einfach mal sagen. Ja? Ja! Ist richtig? Ja! Stopp. Wer ist unordentlicher? Das ist eine Edition jetzt nicht für uns, ne? Wir haben so... Ja... Das ist schwer, ja. Das sind so schwere Fragen. Das sind so nicht eindeutig. Ähm... Ich mein, du kannst ja hier mal gucken, ne? Ja, ist unordentlich, ja. Hast du schon was? Ja, du? Nee. Ich weiß gar nicht, was ich... Ähm... Lass ich mir mal kurz in den Zinsen schauen. Ich sag dann einfach mal... Nee, ich mach so. Ich mach so. Nein, leider nein. Danke. Du sagst, du bist ordentlicher? Ja. Boah, ich weiß es nicht. Schon ordentlich, ich bin schon ordentlich. Ich bin ehrlich. Schwer. Wer hat mehr Kram dabei? Wer hat mehr Kram dabei? Mehr Kram dabei ist eigentlich auch relativ einfach, oder? Ja, ganz klar. Was? Weide ich, nein. Was? Wieso? Ja, aber wie? Wieso hast du mehr? Ja. Guck doch, guck dich doch mal um. Ich würd nicht sagen... Ich hab noch ein... Ich hab noch ein... Du meinst ja wegen Schachtbretter allein. Ich hab Schachtbrett... Nee. Ich hab vier Paar Schuhe. Ich würd sagen, unsere Taschen liegen gleich viel. Ich hab da noch ne Jacke zu liegen, du hast da gar nichts. Hm... Nee. Ich nicht. Okay. Na gut. Wir kennen uns doch nicht so gut. Ja. Wer von euch hat das an? Ein Zimmer. Ein Zimmer? Oder generell? Haben wir einen Chef? Ich weiß nicht. Ich sag nicht. Ich sag auch nicht. Ja. Ja, wie ich sag, da gibt's auch ne Mitte. Ja, ich mach auch. Genau. Ich mach auch. Wie mach man das? Weiß ich nicht. So. Hände zu weit. Oder so. Einfach so. Wer hat damit mehr am Handy rum? Hast du schon? Ja. Wirklich? Ja. So eindeutig? Ja. Okay. Ah. Nein. Auch nicht. Du kannst auch mal die Wahrheit sagen, ne? Das ist ein wahrheitbasiertes Spiel. Wieso? Aber... Du bist viel mehr am Handy. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich hab auch iPad und so. Das ist doch das gleiche. Ja, nee. Handy. Och, Alter. Das stimmt nicht. Wir können gleich Bildschirmzeit mal einblenden. Das stimmt nicht. Nee, kommt nicht mehr raus. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wen für den Nordopfer haben du dich? Hm. Wunderbar noch. Mittagessen oder Abendessen, ne? Hm? Bei einem ist er weit. Für mich geht's immer hier ganz schnell. Selbst wenn ich was so viel überlegen. Ich weiß nicht, warum das immer so schnell geht. Das ist für mich eindeutig. Ja, okay. Ich mach auch. Ja. Okay. Endlich mal. Darf ich auch überlegen? Ja kurz. Mittagessen gehst du nicht so oft wie ich. Abendessen aber dafür. Ich hab dir schon was zu deinem Essvaterhalten hier gesagt. Ja. Ich kann's auch schnell. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist mir ein bisschen zu viel. Zu ein Team. Nee, das ist mir ein bisschen was er meint. Wer ist der größere Flugschleißer? Ganz klar. Ganz klar. Nein. Was? Da beißt du dich immer richtig rein, wenn du über irgendwas Bescheid weißt. Jetzt beißt du dich richtig rein. Du nicht. Was? Wer schnarcht lauter? Ich mach einen Blitz, weil keiner schneicht eigentlich. Ja, ich rede nur. Ja. Wer ist denn schneller beleidigt? Ich weiß eh, dass er mich nimmt. Ich mach einfach mal für den Punkt kriegen. Nee, hat er nicht. Wirklich nicht! Ja, okay. Ohne Idee! Du hast auch mich genommen, oder? Normal? Eigentlich, ich dachte, du machst auch eher. Nee. Okay. Du bist nicht so schnell begeistert. Ja, perfekt. Er ist der bessere Flugschleißer? Das ist aber auch eine Frage. Ist doch klar. Ja, auch nicht. Ja, ist ja klar. Also wir hätten natürlich auch nett sein können, ne? Nein, nein. Dann bin ich auch ehrlich. Ich seh mich schon deutlich besser. Ja, ich seh mich auch deutlich besser. Ähm. Wer verlässt denn eine Party später? Ja. Brian lacht. Ja, stimmt. Das ist schon fertig. Wenn du siehst, es ging immer schnell, das freut mich. Das ist doch irgendwie nicht so gut, dass ich so schnell jetzt war. Das beide so schnell war. Ja. Noch weniger gut von meines Lachen dabei. Wolltest du etwas sagen? Nee. Das stimmt ja auch. Okay. Wer zahlt denn öfter nie in der Schatzkasse? Okay. Ging auch schnell, oder? Ja. Der Multi hat immer mal raus. Ich werde es echt nicht zu schön kommen. Okay. Was ist das bei dir? Einiges schon, ne? Mal hier und da, ne? Zu spät gekommen. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und? Wer ist die größte Rabattasche? Ja. Noch eine Weile schon zum Schluss. Wenigstens ein paar Punkte überholt. Ja. Wenigstens ein paar Punkte überholt. War okay, ne? Ja, ging so, ne? Ja. Also. Geht besser, aber waren noch schwierige Fragen. Auch nicht spezifisch auf uns. Gut vorbereitet, muss ich sagen. Vom Hintergrund ab. Ja, das ist schwer. Ordentlich. Ist schwer zu sagen, finde ich. Wer hat mehr Sachen dabei. Finde ich auch nicht so leicht eigentlich, muss ich sagen. Ja, schon. Was ist mit der Bildschutz dann? Genau, das mit dem Handy, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Es liegt ja daran, was du schon gesagt hast, er hat ein iPad, aber das zählt genauso, würde ich sagen. Es zählt ja nicht nur Handy, es zählt wahrscheinlich Elektronik. Elektronik, okay. Aber da bist du safe mehr dran als ich. Das stimmt nicht. 100 Prozent. Das glaub ich. Allein, weil ich schon zwei Stunden früher schlafe als du. Das stimmt auch nicht. Hier nicht? Ja, hier nicht. Aber allgemein. Wir reden ja von Allgemeinheit, nicht Trainingslager. Doch, doch. Wir reden von hier, oder? Von der Zeit hier. Allgemein. Das ist ein Allgemeins-Quiz, wie wir uns kennen. Ja, aber wir kennen uns ja nur von Zimmer. Achso, nee, stimmt. Wir kennen uns ja schon drei Jahre. Risi. Ich weiß doch nicht, wie viel Handy du zu Hause nimmst. Ich kann das doch nur von hier nehmen. Nee, ehrlich. Ich möchte jetzt auch dieses beenden. Ja. 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 Ja.